Hey Leute, wir spielen heute Pokémon Battlefire Version. Ja. Okay? Ich überspringe mal. Ja, wir werden jetzt Pokémon zocken. Ja, hier waren wir zuletzt. Und heute werden wir uns zum ersten Mal moderieren. Ja. Ähm, Leute, das ist eine... Machen wir nicht. Das ist eine erfüllende... Das sind erfüllende Pokémons. Das ist auch eine Hack-Version. Ja, und ich hab momentan zwei Mal im Team gerade. Ja, und ich hab momentan zwei Mal im Team gerade. Wir beenden den Kaufdeck mit Teck. Unsere iTunes wird dieses Pokémon gleich demolieren. Also das Pokémon hat keine Chance für uns. Ja. Also ja. Also ja. Versteht man. Soll ich euch zeigen, wie unser Schnelle sein besiegen kann, ja? Wir werden gewonnen. Habe ich nicht gesagt. Unsere Weltseite demolieren. Wir haben noch ein Label auf. Und... Wir werden die Winner sein. Was war das? Hä? Nein. Nein. Also ich bin Zyphiara Halt. Moderierer heute. Das ist der Akkord von meinem Vater mit Job. Ja. Ok, jetzt gehen wir mal in der Hölle rein. Ok. Ich schalte mal zurück zur Pokémon-Musik. Ok. Ok, das ist die normale Pokémon-Musik. Wir sind gerade in einer Höhle. Ok, jetzt geht's weiter. Ok, ein Pokémon erscheint. Ok, wir fangen ihn. Was hier erstmal sprechen. Ok, er hützt seine Verteidigung. Egal. Er ist tot. Scheiß drum. Pokémon. Ok, er ist jetzt in Pokémon, wie er es getötet hat. Ok, da ist Team Magma. Ok, wahrscheinlich werden wir jetzt kämpfen. Den höheres. Ok. Ok. Ok, der war ja schlichtig. Ok. 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 Ok, dann gehen wir mal weiter in der Innere. So. Ok. Ok, fangen wir mal dieses Pokémon an. Nach wie wir uns geheilt haben. Ok, jetzt schon erstmal. Nein. Wir haben noch ein Poker. war jetzt die Chance. Okay, du hast einen Punkt. Okay, wir haben ins Buchung gefahren. Okay, hier sind wir jetzt zwei vorerstmal. Können wir uns mal die Werte von den Pokémons ansehen? Okay, Unlicht und Boden. Sehr viel Verteidigung und Spitze verteidigung. Okay. Okay. Behälte nur drei Attacken. Gut. Wir machen das schnell. Dieses Buch empfangen wir später. Okay, das ist ein Mitarbeiter. Es ist drei Attacken. Das ist eine Produktionsfolger. Okay. Irgens beb Björg hast duizier. Okay... Eine Rosina. Ich denke, die Pflanze ist doch eine Fake-Lieferung. Ja, aber trotzdem tot. Okay, hier geht die Story also weiter, okay? Gut, noch einmal. Ich denke, hier kriege ich dieses eine... Weitere. Von dieser... Direktloch. Gleich geht's weiter nach einer kurzen Pause. Er kommt zurück zu Pokémon und er ist gefestigt. Ja, und hier kann man, glaube ich, die Fossil wieder belegen. Ja, hier kann man die Fossil wieder belegen. Ich weiß nicht, welche Fossil ich habe da an. Wenn ich sie euch noch zeigen, okay? Ja, hier kann man die Fossil wieder belegen. Ich weiß nicht, welche Fossil wieder belegen. Ich kann nicht mehr, welche Fossil wieder belegen. Ja, aber... Okay, wo geht es jetzt weiter? Okay, okay, ein item, cool, cool. Die wird es doch nicht weiter und ja, gucken wir mal, ob es weitergeht. Okay, dann gucken wir mal, ob es scheint und das ist ein Psyche, ja, Psyche. Hier war jetzt echt alles. Dieser Part wird wahrscheinlich nur eine halbe Stunde, ne? Ja. Ja, okay, wir gehen einfach mal zurück und gucken, wie es weitergeht. Okay, dann gucken wir mal, ob es scheint. Wie ist es weitergeht? Wie ist es weitergeht? Wie ist es? Knoll Geh, vielleicht müssen wir hier rein. Nein, müssen wir nicht. Okay, ich geh einfach mal zum Profis hinterher. Okay, ich geh einfach zurück. Und... Ne, jetzt doch nicht weiter. Weil ich hab hier noch einen Pokéball gesehen. Brauch ich nicht. Aber ich war schon mal mit. Hier ist ein Pokémon. Und ich hab gerade keine Lust bei dir hin zu finden. Mal so. Hau ich einfach auf. Mal so. Mal so. Mal so schön. Mal so. Mal so. Mal so. Mal so. Mal so. Mal so. Mal so schön. Ach. Mal so. Mal sobraust. Mal so. Mal so. Oder ein. Eigentlich ist nichts. Achso, hier gehts besser. Hier gehts also weiter. Okay, looks so schön. Als erstes, sieh mir den Lawinen auf. Okay, looks so schön. Okay. Okay, hier gibt es auch nicht Typen. Wahrscheinlich, okay. Okay, dann gehts hier mal los. Und was ist das für ein hässiges Poconon? Sollen gehts noch. Und was ist das für ein hässiges Poconon? Was ist das für ein hässiges Poconon? Hä? 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 Warum sie überfahren? Wir werden das Poconon als Timon löschen. Ein Hittgen. Dann noch ein Krieg. Habt ihr gesehen, wie ich das ultimate Poconon gesicht habe? Okay. Okay. Was haben sie hier für hässige Poconons erfunden? Was haben sie hier für hässige Poconons erfunden? was heißt, was ist das Ding? Das ist, was er für ein hässige Poconon ist. Ich habe nicht gesehen, wie sie da ist. Und was ist das Ding? Und was ist das Ding? Und was ist das Ding? Also das Ding? Das ist ja auch. Das Ding ist der Koffer, der Koffer hat ein Koffer. Ja. Man muss doch kein Perfektiv sein, äh, Flug. Okay, warte. Nein, das ist normal, aber besser als Pflanzertrache einzuletzen. Double Team. Okay, wir vergessen, mal schneller ruck zu bieb. Okay, jetzt kommt noch ein... Was ist das? Egal, laden wir mal unser Leben auf. Boah, ey. Okay, er hat auch nicht getroffen. Hä? Ja, jetzt trifft er. Okay, da wissen wir mal, das proben wir jetzt. Der Siegern. Nach dem, ja. Ja. Hä? Stimmt, ja. Jetzt soll ich mein stärkstes Pokémon haben. Boah, es ist nicht so gewollt. Mein Pokémon wird dich zerstören. Habt ihr gesehen, wie ich Schaden nicht gemacht habe? Hm. Äh, jetzt nicht. Ich denke, jetzt kann mein Pokémon besser ziehen. Und deswegen kommt es mal zurück. Okay. Ich lehne weiter. Mein Ötie weiß Musma. Und Musma ist tot. Okay. Jetzt heute noch ein Pokémon. Ich kenne jetzt die Wirkung, sieht sehr cool aus. Habt ihr mal einen, falls ihr den letzten Park geguckt habt, gesehen. Das nächste Video haben wir, in der letzten, habe ich immer gesehen. Ja. Komm schon. Unser Pokémon ist etwas müde geworden. Da kam es doch etwas zu lange. Okay. Okay. Ich kenne jetzt einen Moment. Dieser Fall wird nicht eine halbe Stunde lang sein. Wir haben nicht so viel Zeit heute. Ja. Auf immer auf das Besse. Wehe. Wir kommen. Ich denke jetzt kommt der Ring. Ja, Leute, oder? Ja. Okay. Okay, jetzt kommt der Ariracount. Es wird sehr spannend jetzt. Okay, er holt dieses Buch mal. What the hell? Hat er ein krasses Buch? Aber... Ich zeig ihm, was unser jetzt kann. Nach dem Menschen. Oh mein Gott, Digger. Ähm... Unser Pokémon. Ja, jetzt. Unser Lach versiegt worden. Okay, jetzt werden wir mal zeigen, was unser Monach kann. Okay, er ist auch gestorben. Okay, dann haben wir unser ultimatives Pokémon. Komm, zerstör ihn! Okay. Unser Pokémon. Unser... 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 Unser ultimatives Pokémon. Ist gerade gestorben von seinem Lacken. Und... Fall nochmal. Glaube unser Pokémon hat eben nicht lege. Also... Ihr habt schon gemerkt, dass ich nur einfach mal wieder aufmache, ja, und, egal, wir gehen Dann kommen wir zurück, dann gehen wir weiter Und ich muss nur jetzt noch sagen, ab jetzt macht noch mein Bruder, nein, äh, kleiner Bruder, macht mein Pokémon Gläser weiter mit, ich hab keine Lust mehr auf Pokémon Gläser zu spielen, ja, deswegen spielt mein Bruder Pokémon Gläser jetzt, erstatter hat er Jolo genommen und er ist Ich weiß genau so weit wie ich Das ist nur etwas, weniger weit Ich hab kein Lust mehr auf Pokémon Gläser, weil ich schon auf mein Handy sehr weit bin Und ja, ich bin ja noch Pokémon XY auf mein Handy mit dem Gameboy Adventsimulator Ja Und, weil, mein, mein, mein Bruder mal dafür bei Pokémon Gläser och Okay, mein Bruder immer nicht, hat er gerade gesagt, onötig Ich kenne noch einen kleinen Bruder, der gerade spielt Aber, er redet ihn auch nicht, will nicht Ja, und dann kennen wir jetzt mal weiter Ok, nächstes Mal geht es weiter mit Pokemon, Battlefire und wir sehen uns nächstes Mal.